In diesem Video geht es darum, einmal die Spannweite zu berechnen. Was versteht man darunter und was hat das mit diesem Beispiel hier auf sich? Nun, wir haben hier vier Weiten, und zwar Weiten, die Kinder gesprungen sind. Und zwar 3,50 m, 2,85 m, 3,20 m und 3,75 m. Die Spannweite soll berechnet werden. Um die Spannweite zu berechnen, suchen wir uns den größten und den kleinsten Wert. Also fangen wir mal mit dem kleinsten Wert an. Das ist hier 2,85 m. Das ist der kleinste Wert. Und wir brauchen noch den größten Wert. Hier mal in grün. Das sind die 3,75 m. Die Spannweite, nennen wir sie mal S. Das ist der größte Wert minus dem kleinsten Wert. Zwar 3,75 m minus 2,85 m, das ergibt 0,90 m. Das heißt, die Spannweite beträgt 90 cm. Weitere Mathe-Videos und viele typische Mathe-Aufgaben findest du entweder in der Endcard oder auf meinem Kanal. Danke, Herr. Danke. Vielen Dank.